Schlumpf Senkt an So, senkt mal mit Und nun die zweite Stimme. Und nun alle zusammen. Geht ihr denn durch einen Wasserhahn? Wir gehen durch einen Wasserhahn. Und auch durch ein Schlüscherloch. Ja, auch durch ein Schlüscherloch. Gibt es eigentlich sehr viele Schlümpfe? Ja, so viel wie kaputte Strümpfe. Finden Schlümpfe, tanzen fein. Ja, aber nur auf einem Bein. Hey, wir sind hier nicht in der Badewanne. Du, muss das wirklich sein? Yes, Sir. Na, 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 na. Na, 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 na-na. La 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 la. Warum seid ihr schlumpfeklein? Wir wollen gar nicht größer sein. Nimmt ihr die Mütze mit ins Bett? Ja, sonst sind wir nicht komplett. Habt ihr auch Schulen in Schlumpfhause? Ja, dann gibt es nur noch Pausen. Was möcht ihr am liebsten tun? Schimpfen ohne auszuruhen. Glaniker, glanchen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017